Natürlich war noch nicht alles Gold, was glänzt beim Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Lichtenstein. Armenien hingegen wird allerdings ein anderes Pflaster, denn immerhin sind die Gästegruppen Erster aktuell noch ungeschlagen nach vier Spielen mit zehn Punkten. Deutschland in den weißen Trikots aber übernahm das Zepter und hatte auch in der Frühphase gute Möglichkeiten. Werner scheitert erst, setzt aber nach und nach elf Minuten steht es bereits 1 zu 0 für die Gastgeber in der Mercedes-Benz Arena des VfB Stuttgart. Lief es gut, Timo Werner hier ja einst auch als Stuttgarter aufgelaufen trifft, also im ehemaligen Heimstadion. Armenien machte es allerdings den Deutschen auch einfacher als Lichtenstein, weil Armenien mitspielen wollte. Das brachte Räume, Platz für Deutschland und dieser wurde immer wieder genutzt. 21. Minute Kai Havertz, rutscht den Ball ins Tor mit komischer Flugkurve, wohl auch noch minimal abgefälscht. Hätte nicht unbedingt ins Tor gehen müssen, dieser Ball, aber er sitzt das Quäntchen Glück auch auf Seiten der Mannschaft von Hansi Flick. Und weiterhin nur Deutschland. Wie gesagt, Armenien wagte sich nach vorne, kam auch ein ums andere Mal in die gegnerische Hälfte, aber da stockte es dann spätestens vom letzten Drittel. Es ergaben sich immer wieder Umschaltsituationen. Kai Havertz scheitert hier aber noch knapp. Halbe Stunde gespielt, Armenien nun etwas defensiver. Trotzdem ergaben sich Räume und Musiala wohl aktuell sowieso einer der großen Shootingstars, holt den Ball hier noch von der Linie und bringt so eine Flanke zu Kai Havertz. Und der köpft den Ball gegen die Laufrichtung des Torhüters. Aber hier den Ball noch zu bekommen, der war nicht im Aus, dann steigt er in eine andere Etage und köpft zum 3 zu 0 nach 45 Minuten. Bernd Leno aktuell beschäftigungslos, also weiterhin zu 0 und das konnte Hansi Flick auch gefallen. Nun nach vorne ging tatsächlich mehr und dann schlichen sich auch Fehler beim Torhüter ein. Werner, Musiala und Musiala mit dem Geniestreich zum 4 zu 0. Jetzt war es richtig heftig. 63. Minute entschieden die Partie jetzt sowieso. Aber es wurde eben auch wunderschön und so langsam merkte man, was es heißen kann, wenn diese Mannschaft eingespielt ist. Viel über Musiala und Havertz, aber auch Werner aktiv posten und Leroy Sané durfte dann auch. Noch eine Viertelstunde vor dem Ende. 5 zu 0. Armenien vorher in vier Spielen zwei Gegentore kassiert. Jetzt prompt 5 in einem Duell. Das hatte man sich sicherlich ganz anders vorgestellt. Und Deutschland hatte noch Hunger. Gündogan mit dem Ball zu Werner. Jetzt wurde es ihnen aber auch einfach gemacht. Armenien gab sich auf. Timo Werner mit dem Doppelpack. Aber wenn die Mitte so offen ist, die Verteidigung mit viel zu großen Abständen, dann ist es einer Mannschaft auch wirklich leicht gemacht. Und einen gab es dann sogar doch noch. Timo Werner mit dem Dreierpack. 90. Minute. Er eröffnete den Torreigen und beschloss ihn auch. 7 zu 0. Eine heftige Ansage. Vor allem auch spielerisch viele gute Zeichen gesetzt. Ein deutlicher Schritt nach vorne im Vergleich noch zum Spiel gegen Lichtenstein. Mann des Spiels, Timo Werner. Aber die Offensive hat heute definitiv ordentlich abgeliefert.